Es klingelt draußen, steht ein fremder junger Mann vor der Tür, hält dir den Teddy hin und sagt, kennst du den? Und guckt sich den an und sagt, ja, weiß ich auch, woher du kommst. Na ja, sagt er, dann komm mit. Bist du in anderthalb Stunden in West-Berlin, was du dann noch prompt gemacht hast. Zunächst mal muss man sich vor Augen halten, dass durch den Bau der Mauer Familien, Freundeskreise, Liebespaare buchstäblich über Nacht getrennt waren. Und das hat zu einer Situation geführt, wo fast die gesamte Bevölkerung sowohl in West- als auch in Ost-Berlin zornig war auf dieses System. Jeder, den man gefragt hat, ausnahmslos fast jeder, war der Meinung, ja, da muss man doch was dagegen tun. Da kann man doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und einfach weitermachen wie bisher. Das war so die Grundstimmung. Für mich kam dann natürlich noch hinzu, ich war ja selbst aus Ost-Berlin geflüchtet, dass eine Handvoll Freunde von mir noch in Ost-Berlin geblieben war, denen die Flucht nicht möglich war. Und wir hatten einander versprochen, dass derjenige, der in West-Berlin ankommt, sich darum kümmert, dass die anderen nachkommen können. Und von dieses Versprechen fühlte ich mich auch irgendwie gebunden. Und last but not least hatte ich eine Freundin in Ost-Berlin, die ich nach West-Berlin rüberholen wollte. Und das war natürlich dann noch der Tüpfelchen auf die Mi. Nein. Also Schwierigkeiten gab es genug. Es gab auch genügend Fehlschläge. Aber das hat nie dazu geführt, dass ich aufgeben wollte. Sondern im Gegenteil. Ich glaube, ich wurde immer verbissener dadurch und habe immer weiter gemacht. Bei dem ersten Tunnel zum Beispiel, an dem ich beteiligt war, waren wir durch einen Wassereinbruch, der in Folge eines kaputten Rohres eben stattfand, gezwungen, den Tunnel zwei, drei Wochen früher zu öffnen, als wir eigentlich geplant hatten. Wir wollten noch 20 Meter weiter puddeln. Und durch diese Vorverlegung des Termins war es nicht möglich, dass zum Beispiel meine Freundin durch diesen Tunnel kam, denn die war zu dieser Zeit in Urlaub. Und auch andere Freunde konnten so schnell nicht benachrichtigt werden. Und der Effekt war eigentlich, dass wir nach diesem Tunnel, also die ganze Gruppe, beschlossen haben, dann bauen wir eben noch einen Tunnel. Der Tiefpunkt war zweifellos der Moment, als wir spürten, dass dieser zweite Tunnel verraten worden ist. Und wir kurz vorm Durchbruch dieses Tunnels also feststellten, dass im Keller schon jemand war. Mit Sicherheit die Stasi und keine Freunde von uns, sodass wir uns zurückziehen und den Tunnel aufgeben mussten. Und im Zuge dieses verratenen Tunnels sind über 20 Fluchtwillige in Ost-Berlin verhaftet worden. Unter anderem einige Freunde von mir und auch meine Freundin. Auch ein paar Kuriere, die die Benachrichtigung übernommen hatten, sind verhaftet worden und zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Zunächst mal sehr frustriert. Dann aber, glaube ich, setzte sich wieder die Wut durch auf dieses System. Es war so ein Gefühl. Das wollen wir doch mal sehen. Als der Tunnel, der der erfolgreichste Fluchttunnel überhaupt geworden ist, durch den 57 Menschen kam, als der geöffnet werden sollte, habe ich an diesem Tag erst einen Brief von meiner Freundin bekommen, die eigentlich noch im Gefängnis hätte sein müssen. Und in diesem Brief teilte sie mir mit, dass sie vorzeitig entlassen worden ist und wieder verfügbar ist. Und das war also erstmal schon ein, ich würde mal sagen, ein positiver Schock. Und dann ging das aber weiter. Denn es war alles schon so weit organisiert, dass niemand mehr zur Verfügung stand, der jetzt auf die Schnelle nach Ost-Berlin fahren konnte und sie benachrichtigen konnte. Ich musste mir also auf eigene Faust jemanden suchen, der das übernommen hat. Und das war auch nicht ganz einfach. Ich habe einen Freund ins Vertrauen gezogen, der früher im Studentenwohnheim gewohnt hatte und da noch ein paar Leute kannte. Und der ist dann für mich losgezogen und hat versucht, jemanden zu finden, der nach Ost-Berlin rüberfährt und meine Freundin benachrichtigt. Und um jetzt auch ein Erkennungszeichen zu haben, dass dieser Mann wirklich von mir kommt, hat er ihm einen kleinen Teddybären mitgegeben, den mir meine Freundin mal geschickt hatte, so als Maskottchen und den sie natürlich genau wiedererkannte. Ja, diesen Teddy, ja. Und den hatte sie selber, hat sie geschrieben, sein Bein angenäht, weil aus irgendeinem Grunde war das ab. Und ich weiß nicht noch, schrieb sie damals, der hinkt ein bisschen, aber ich habe ihm sein Bein angenäht. Und deswegen habe ich mir gedacht, also den erkennt sie in jedem Fall wieder. Wenn du selbst den Teddy das Bein annähst, dann musst du den ja auch noch nach Jahren wiedererkennen. Und deshalb habe ich gedacht, das gibst du dem mit und das ist also das Erkennungszeichen. Ich wusste nicht, hat er nun jemanden gefunden, der meine Freundin benachrichtigt oder nicht. Und wenn er jemanden gefunden hat, hat er sie angetroffen. Und wenn er sie angetroffen hat, kommt sie auch wirklich. Das war für mich alles völlig unklar. Und das war dann der nächste emotionale Moment, als sie nämlich am Tunneleingang plötzlich vor mir stand. Und wir sind uns natürlich in die Arme gefallen, als wir uns erkannt haben. Und ja, vielleicht war das wirklich der alleremotionalste Moment. Das kann man jetzt noch nicht mehr so schlecht auseinanderhalten. Ein Grund ist sicherlich der, dass ich der Meinung bin, erstmal jeder sollte möglichst gut über die deutsche Geschichte Bescheid wissen. Insbesondere über diesen speziellen Teil der deutsch-deutschen Geschichte. Aber was ich auch damit erreichen will, ist, dass die Jugend mal darüber nachdenkt, dass es nicht selbstverständlich ist, in Freiheit und Demokratie zu leben. Und dass sie sich vielleicht mal mit dem Gedanken beschäftigt, was ist denn zu machen, wenn es mal nicht so schön läuft wie bei uns zur Zeit. Und da muss jeder natürlich mit sich selbst ins Reine kommen. Geht der einfach drüber weg und macht Business as usual? Oder ist es dann nicht sinnvoll, aktiv zu werden und zu versuchen, irgendetwas gegen die Kräfte zu tun, die unsere Demokratie und unsere Freiheit bedrohen? Ja. 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 Ja.